Jetzt bei mir, zu meiner rechten, Ken Gesang und Bassist von Dropkick Murphys. Ken, danke für die Zeit. Schön, dass du hier bist, Mann. Wie geht's? Es geht gut, ich bin froh, dass du hier wieder bist. Es ist schon lange, seit du hier bist. Ich freue mich auf das Show. Also, du kennst das letzte Mal, dass du Mainstream gespielt hast? Ja, ich kenn das letzte Mal. Als wir in, ich wusste nicht, was es war, bis wir in. Ich habe das Show gut. Es ist schön, zu spielen mit mehreren Bänden, die in unserem Style sind. Es gibt viele Bände heavy, aber wir sind gut. Wir haben ein paar Freunde hier. 7 Sekunden und Hatebreed. Es ist schön, wenn du immer auf Tour bist und spielst du ein Show. Normalerweise sind wir bei vielen großen Mainstream-Festivalen, und wir sind wie die Outkast auf die Körner. Und du kommst hier und du kennst die Leute und es ist freundlich. Es ist schön. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich weiß, ich habe es gehört. 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 Es war ein kleines Club. Es war super Punk Rock. Es war die Untergrund in Cologne. Ich erinnere mich. Es war eine kleine Location. Dropkick Murphys, die Leute sind super erfolgreich. Es wurde großartig. Habt ihr das immer gedacht? Und wie fühlt ihr das jetzt? Nein. Es ist großartig. Es ist großartig. Es ist auf unseren Termen. Vielleicht in Cologne jetzt, wir spielen 4-5.000 Menschen, als es zu 400. Aber es ist auf unseren Termen. Wir haben heute unsere Interview. Wir haben die Rekord-Kompany, die Presse und die Fotos. Wir machen einfach Rekord und gehen auf Tour. Wir sind froh, dass Leute uns folgen. Wir haben das beste von beiden Worlds. Wir spielen Musik. Aber wir machen einfach das, was wir lieben. Wir haben unser eigenes Label in Amerika. Wir halten alles in unseren eigenen Händen. Das war immer unser Traum. Dass wir auf unseren eigenen Termen größer sind. Was kommt nächste? Wie lange sind Sie auf Tour in Europa? Arbeitst du mit einem neuen Material? Ja, wir schreiben, während wir hier sind. Wir sind hier für drei Wochen. Dann gehen wir in Kanada. Wir machen ein paar Tour in den USA. Wir gehen in Südamerika in Südamerika. Und dann gehen wir in ein neues Album in 2015. Wir sind auf dem Jahr 2015. Wir sind mit Murphys. Ja, ja. Das ist gut. Es ist gut, wenn man einen Job hat. Wenn man es einen Job hat. Es ist zu viel Spaß. Okay. So, um, just give me the last few words for the Dropkick Murphys freaks out there. Yeah. Good to be back at VaynStream. Germany, we love you. You treat us like we're from here. And one of us almost is. Al, he speaks German. So, but you know, we've grown to be so comfortable here. And just the fan base in Germany has been so awesome to us. And hopefully we can keep coming for many more years to come. Das war Ken Casey from Dropkick Murphys. Thank you very much for taking the time. Have a good show later on. And which side are you old?